Eine Portalblüte ist auf Bliss aufgegangen und damit ein kolossales Loch im Raum Zeitkontinuum. Ein Tor direkt in den Varelsee-Raum. Wenn es sich stabilisiert, ist Solos in Stunden überrannt. Das hat oberste Priorität, Leute. Wir müssen dieses Portal schließen. Äh, was? Portal schließen. Portal schließen. Alles klar. Auf geht's. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Ja, wir sind. Hallo. Wir spielen heute mit jemandem zusammen. Ja. Mit mir, dem Onkel. Dem Onkel. Warum? Onkel, du hast es gerade wieder nicht mitgekriegt. Warum? Der hat irgendwas genommen. Also, um welches zuhört, ich bin nur neidisch, weil ich hätte auch gern das. So, ich bin wieder rough. Ich bin wieder rough, rough, rough. Ich bin jetzt blau-pink. So, ich bin so ein kleiner, schlanker, gutaussehender mit einem ganz kleinen Behältnis auf dem Rücken. Aber Leute, freut euch, ich bringe Pilze mit. Ach so, ja. Wir haben den Dealer jetzt mitgebracht. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Der persönliche Dealer, ja. So. Das heißt, ich kümmere mich um nichts und nur um euch. Ha, ha, ha. Ach, man kann nicht. Ha, ha, ha. Ich versuche es. Du weißt auch, wie das geht, was du da machen musst? Nein. Battleborn. Oh, yeah. Ob diese Sequenz immer kaum versteht. Es wird immer in einzelnen Episoden gespielt, dieses Spiel. Ähm, wir sind in der Story, falls wir es noch nicht erwähnt haben sollten. Genau. Und jede einzelne Episode hat ihre eigene Geschichte. Jupp. Rat. Und eine Episode besteht immer aus mehreren Bossen. Mindestens zwei, glaube ich. So Hauptbosse und ganz vielen kleinen. Ach, ich habe jetzt gedacht, ich fliege. Okay. Aber dabei ist das bloß ein komischer Fußball. Du fliegst? Hattest du schon Pilze? Ja, ich habe auch so sehen, dass ich mich vom Smirk abgebissen. Ne, war auch immer Smirk? Ja, doch. Habe ich diesmal richtig gesagt. Cleese redet auch die ganze Zeit, aber ist egal. Ach so, ja, Entschuldigung. Du, das kenne ich von dem guten Smirk auch so. Der macht das auch andauernd so. Ich bin normalerweise... Story wird überbewertet, ist seine Meinung. Ich bin normalerweise auch der Typ, der aber eigentlich ruhig ist beim... Quatschen? Merkst du es selbst, ne? Nur die Legion findet eine Landezone, damit ich die Bewaffnung für die heutige Mission absetzen kann. Ich wage es nicht, Nova noch näher an das verdammte Portal zu bringen. Ich sagte mir, es ist gut, Dad. Ich kann fliegen, Manno. Ein bisschen betrunken, die Frau. Sie steht hier auch an Smirk geknabbert. Sie hat meine Pilze. Oh, das sieht gut aus hier. Eingefroren im Kampf. Der Heiler kommt, der Heiler kommt. Smirk hat sich heimlich vom Feind anknabbern lassen. So, ich mache wieder mal meinen Holzfäller-Vorstoß. Da unten sind Gegners. Ich muss nur rausfinden, wie ich euch heile. Was will der denn? Der ist an mir vorbeigehüpft, hier. Ich finde es aber irgendwie blöd, dass wir die Levels immer wieder von vorne anfangen. Also, sein eigenes Level. Ich bin schon tot. Das geht mit dem Heilen super, kann ich mal so sagen. Das habe ich jetzt ein bisschen fixiert. Ich kann den nicht heilen, wenn man heute rumrennt. Oha. Der Schwertkämpfer hat auch coole Moves drauf hier. Aber trotzdem verstehe ich das nicht. Ich bin jetzt erst Stufe 2. Ich war doch vorhin schon Stufe sonst was. Das musst du immer machen. Jedes Mal. Du musst auch deine DNA wieder ausbauen. Jedes Mal fängt man bei 0 an. Immer. Warum levelst du das dann? Verstehe ich nicht. Das ist eher nur für ein Spiel. Nee, du levelst. Es gibt so Pakete, die du jetzt zusammenschrauben kannst. Die du extra auswählen kannst. Die jetzt freigeschaltet werden. Und da kriegst du immer mehr, was du da einpacken kannst. Da gibt es so Boni wie mehr Schilddurchdringung, mehr Leben, mehr Schaden. Und davon kriegst du ganz viele und kannst dir dadurch nachher besondere Zusatzfähigkeiten sozusagen erkaufen über die Dauer. Die Helix musst du aber immer neu und neu und neu, immer wieder neu aufbauen. Ich habe jetzt wieder zwei Helix-Dinger. Genau, ich auch. Und musst wieder wählen. Ich gehe nicht auf Schaden, ich gehe auf Heilung. Du gehst nicht auf Schaden, du gehst auf Heilung. Genau, ich heil euch. Gehen sie nicht über los. Meine Heilung ist besser als mein Schaden. Ich hänge wieder an irgendwas. Ich bin so groß, ich hänge an allen Kfesseln. Hast du die Barrikade hier nicht gesehen? Nein! Weil wenn ich davor stehe, dann ist das Effekt. Das ist sehr geil. Deine Kfesseln ist so krass. Das ist fantastisch. Du stehst gerade genau an der Tür. Ich komme nicht rein. Ja, ich bin die Tür sozusagen. So bist du dick, wollten wir damit sagen. Ach du, der explodiert. Okay. Ich bin praktisch die Tür. Ich halte dich mal. Nicht wegrennen. Wer ist denn dich? Ja, nee, alles gut. Ich wollte den Dicken halten hier. Ich kann leider deine Helse nicht sehen. Wo bist du eigentlich gerade? Da unten, okay. Da ist jetzt noch einer. Hier ist noch Knabe, hier so ein dicker. Ey. Ah, der haut auf mich. Der haut den Heiler. Das ist schlecht. Der darf den Heiler nicht hauen. Sag ihm einfach Bescheid. Okay. Ich hab's ihm gesagt. Hier oben steht auch noch einer. Er hat sogar gehört. Aber er ist weg. Er hat aufgehört, auf den Heiler zu schlagen. Sehr gut. Er hat aufgehört zu hören oder er hat aufgehört? Alles aufgehört. Komplett. Du Drecksack. Ich hau das Ding kaputt. Da beheil ich dich auch, okay? Was denn? Hat er wieder alles geklaut oder was? Ich hau das Ding kaputt. Es geht hoch und er springt genau in die Explosion rein und holt alles weg. Ja, ja. Du, das ist, wie gesagt. Der ist Mr. Ich-brauch-Loot. So, wir haben dicke, fette Gegners. Oh. Warum klaschen die VFR riesige Roboterarme an ihre Gebäude? Tja, das ist ein Waffenlager. Und das sind Ladearme. Ist cool, oder? Sie können sogar ja einmal Handzeichen. Echt, irre. Ey, warte, warte, sieh mal. Warte, Moment noch. Gleich machen Sie dieses... Oh, ah. Brofist. Mann, ich liebe die Teile. Mann, ich liebe die Teile. Mach den Platz frei und ich finde einen Weg, die robotischen Anhängsel beiseite zu räumen. Ja, los. Warum hat er gerade so umliegend deutlich sprechen wollen? Das verstehe ich nicht. Danke für die Sterne. Autsch! Was hat ihr gebumst? Das kommt davon, wenn man so... Was ist das eigentlich hier? Na, so ein dicken... Komm, ich habe ihn gleich weg. Ich habe ihn gleich weg. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja, einen habe ich weg. Sehr gut. Hau, es liegt wirklich viel. Ah, reiß ich nicht. Habe ich. Ach, nee, das war es nicht. Ich habe den Onkel gerettet, aber das hat er nicht mal gemerkt. Nee, gar nicht. Ich kann ja nicht rüber, das ist so geil. Ah, auf jeden Fall kann ich dich nicht heilen, okay. Also heilen, heilen, nehmt. Ich gehe mal zum Nahtum. Alter, oah. Ja, ich bin dann aber auch schon wieder weggekommen. Baum kommt auch zu mir. Das ist so geil. Weil ich kann die Typen in die Luft schießen, wenn ich sie schlage jetzt. Das ist sehr witzig. Ähm, Snorx geht nicht gut. Achtung. Äh, mir geht es auch nicht so gut. Scheiße. Mir geht es niemandem gut. Es geht auch nicht darum, dass es dir gut gehen soll, ja. Das war ein spannender Spiel, hallo? Ein spannender Spiel. Der hat schon was mitgekommen. Hallo bei den vielen bösen Gegnern. Jetzt stand ich schon drauf auf den ganzen Dinger und der hat sich mal trotzdem weggeschnappt. Das gibt's doch gar nicht. So, bei Smirc, der ist der Meister, der weiß genau, wie er es machen muss. Immer. Jahrelange Übung. Das kann man nicht lernen, weißt du? Auch in echt. Hat er bei mir jahrelang wirklich geübt und das zu perfektionieren, während ich sterbe und im Gemetzel bin und so. Oh, das Gesachs kommt. Scheiße. Da, den Wies. Geschenke. Halt tot um. Halt tot um. Was rasselt hier immer so grob? Ist das eigentlich? Das ist meine MG, denke ich mal. Meine MG rasselt? Meinst du das Bling, Bling, Bling? Das ist ein Menschwerter. Ach, mal aufbauen kann man auch mal wieder, ne? Ausbauen hier. Spuren, Spur oder Spuren, Schock. Pur, Pur, Schnelligkeit. Ich bin gesenkt, solange Hagel stammt. Ah, also habe ich jetzt mit den Klamotten, die ich anhabe, habe ich jetzt andere Special-Attacken. Ah, okay. Ist nicht wahr. Nein. Echt, die Klamotten ändern deine Special-Attacken? Das ist ja krass, oh, ey. War das jetzt gerade ernst gemeint oder verarscht? Nein, ich war das ernsthaft. Das ist ja eine ganz neue Dimension hier. Stell dir vor, du ziehst einen neuen Pulli an und kannst danach auf einmal irgendwie Helikopter fliegen. Hallo, das ist doch cool. Das finde ich geil. Ich dachte, das war jetzt sarkastisch. Aber ich habe ja vorhin auch schon andere Klamotten angehabt. Habe ich das nicht irgendwie gemerkt oder so? Ich merke das jetzt nicht. Ach so, das ist ja eher toxische Transfusion. Das sind wieder solche Knöpfe. Äh, ja. Ja, wir machen die Tür mal auf. Die Tür ist offen. Was ist denn hier drin? Das sieht aber nicht so aus, als wenn sie weitergehen. Äh, wo bin ich? Äh, hallo? Oh, ich habe gerade Punkte vergeben und jetzt wieder sowas. Mann, oh. Was denn? Warum bist du lila? Weil es geht. Lila ist die neue, das neue Schwarz. Genau. So. Oder so. Ich habe so rote, so runde Bobbles aufgenommen. Die haben mich verlilat. Verlilat? Warum bist du eigentlich nicht voll mit deiner Hälfte? Ja. Du gehst eigentlich hin. Sag mal. Zu dem Rechteck da, was da leuchtet. Na gut. Du bist übrigens, äh, der, der auch ist übrigens auch lila, nebenbei gesagt. Ja, jetzt gerade. Ja. Habt ihr eine Ahnung, wie schwer es ist, an permanent das Varelsi-Portal zu erschaffen? Nein. Nein, das wissen wir nicht. Warum fliegt der? Es ist mir auch egal. Also, äh, ja, genau. Also, bevor ihr etwas dagegen tut. Nein, 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 hau ab, hau. Jetzt ist das Thema, um euch zu zerreißen, aber ich wünsche euch trotzdem Glück. Ich bin ganz auf eurer Seite und das war Sarkasmus. Etwas vorher anheben, bin ich okay? Haben wir uns. Haben wir uns wieder das Thema mit den Sarkasmus. Sehen wir so aus. Au. was du denn da für den was ich jetzt kann ich eine ausrüstung aktivieren und zwar hier ist noch hält es braucht ja 1 hallo heilig euch oder was das wissen wir auch nicht so wirklich zu sein das merkt du sagst das immer nur ja das hätte jetzt auch gesagt an seiner stelle aber ist das wirklich so ja er sagt das ist der einzige der onkel zum beispiel das noch nie behauptet ich halte ich bin ich teile aus was wieder nicht durch die tür ich muss immer genau die türbalken abwägen ich komm sonst nicht durch ach ich kann hier hier sehr geil ach so du hast gerade kann sich drauf stellen und hier wenn du hier in diesem erbe her komm mal her dicker mann ja gut okay okay story gelaber ein war lord er war mal ein lord oder so ja dann gehe ich mal sag ich begrüße ihn mal kann ich hier stehen bleiben ich arbeite nämlich so schon mal runter hier von hier aus wenn ich dann neben dir stehen bleiben wird auch nichts passieren ja toll ist das nicht ich gehe mal ich gehe mal begrüßen er hat mich begrüßt ich bin jetzt hier nicht runter hüpfen hallo ich fand es eigentlich auch ganz gut dass ich hier stehen bleiben kann weil ich da bleibe oben da mache ich das war mein schönes leben weg aber ich kann halt nicht ich muss halt da runter weil hast du nicht so ein fernschuss nein also nur ein der licht sich aber jetzt hat er sich verpisst die alte sau okay es geht nicht hier sind auch so komische stäbe die müssen aufwärts das sind so totems ich habe ihn gleich auch nicht doch nicht ich dachte dass ja doch doch gleich ich sehe das schon ich gehe aber auch und da jetzt ist mir zu langweilig hier er geht weg damit der gute smirr mal ein bisschen arbeit kriegt mit dem heilen also mein kill count wird etwas niedrig sein heiler 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 hilfe hilfe wo ist er denn ich bin hier ah ah dankeschön ich habe ihn wenn du die story mal hören würdest du den kann man verbessern ja musst du auch der wird sonst kaputt gehen hey was geht unser ziel ist ein riesiges varensi portal ist er okay oh es geht ihm gut der tut so geil der hat in der mitte einen helsbalken und der arbeitet den auch gut runter wenn er angegriffen wird also müssen wir irgendwie mit powerskills wer punkte hat sollte die einbauen geil mit meinem fingerschnippe haue ich die echt gut weg die leute hast du dich schon gezockt oder was mit dem mit dem komischen vieh das war in der beta das war alles die beta ihr habt die beta nicht weiter gespielt oder ne ich hab keine kristalle ich kann die typen überhaupt nicht aufbauen soll ich da irgendwas reinsetzen ich hab genug die müssen immer zuerst weg alles schlecht hilfe au au ich hab denen mal so ein geschütz gegeben jetzt räumt doch gut auf ja genau ich sag ja wer punkte hat weil ich hatte eben keine ich hätte sonst auch gemacht ähm äh ihm helfen halt aber das ist ja bloß so eine bestimmte zeit ja aber das klingt davon nicht wir beiden wieder ne die wahre ist die unvorstellbaren gesichter wir sehen bis zum missionsende noch mehr davon was hab ich jetzt gemacht weiß ich nicht irgendwas ist passiert ne ja kommen so schwarze portale da kommen die fiesen gegner raus da ist noch einer hier unten einer äh spielen wir dasselbe spiel ich seh ganz viele wir sind doch schon wo sind wir denn ich seh ich auch gar nicht mehr wo bist du eigentlich rechts oben rechts oben hm von wo eigentlich aus gesehen wenn du raus gehst rechts oben ja geil das ist ja hier ah cool ich weiß nicht was du wieder hast ey wir haben die Tür aufgemacht hier oh gott willkommen er hat's verstanden yay was denn du bist wieder auch ganz woanders ne nix story nix mission du lootest wieder ich seh's genau das ist das der vorteil wenn man mal nebeneinander setzt beim koop ich bin dem den schwertkämpfer hinterher gelaufen und dann dachte ich mir was ist das für eine komische Tür und dann bin ich auch reingegangen ist klar ist klar jetzt bin ich wieder schuld was ist das denn er ist nie schuld das ist regel nummer eins die fiescher was ist mit dem das der Doktor ist da der Doktor ist da der Doktor ist da was sagt ihr hier der Doktor ist da der Doktor ist da der Doktor der Doktor der Doktor ist da was macht ihr das gegen meinen Powerschlag konnte er sich nicht verteidigen was sind das hier für Viecher das ist ja ekelhaft ja nahezu ekelhaft was ist denn das oh was unsichtbares äh es ist eine was ist das was ist eklig Hilfe ja komm mal zurück hier der macht den Roboter kaputt achja wir bauen dem Roboter was ein dann macht der sich selber wieder besser hier hab ich gerade Heilung gegeben da ist er mach es weg da das Ding das ist eklig das Ding was ist das jetzt genau ja eben das hab ich jetzt gemacht da ist Löcher raus ah hier draufhören 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 nein ach was ist das jetzt mal gemacht ich hab ihm ein Schild gegeben oder was meinst du ja irgendwie sowas ne das ist das Ding ich krieg die mit meinen ähm die Hände muss nicht kaputt die Teile mit deinen Dingern sollst du das auch nicht machen du sollst da draufhauen oder schießen das kannst du vergessen mit meinem Schuss ja kommt draufhören aber wenn du es mit deinen Dingern machst statt mit den Waffen dann hilft das auch nicht kommt drauf an hm kommt auch was drauf an ja wie hart die Dinger sind wie hart die Dinger sind wir reden vom Smirr kann nicht sehr hart sein ich weiß es nicht ich bin voll gedisst das ist unglaublich und warum mit Recht ich muss mal kurz überlegen ob ich echt nicht heilen sollte brauche ich nicht danke so powerskill was kriegt er jetzt er kriegt eingeschützt zum richtigen Zeitpunkt der Revision ist ein bisschen riesig ne also das ist ja unglaublich ich glaube wir definieren riesig anders guck mich mal guck meinen Charakter an und sagt noch was ich habe echt den Turret im richtigen Zeitpunkt eingebaut glaube ich ja der macht gut das hier die Jungs oh diese diese Totems wieder weg mal an da sonst kommen die wieder ohne Ende nach einer ist weg einer ist zweiter das ist nicht los weg ja sehr gut gemacht sehr gut so wollen wir das sehen das ist die whak ich hoffe was schießt er ach da ist auch noch ein Totem oie 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 oh du weißt gib dir mal hier so eine kleine Waffe warte x bitteschön Größer, tödlicher, tödlicher, nicht wirklich größer. Dann läuft die rum. Äh, ich kann den keinen Wies geben, oder? Na, da ist doch der Eingang. Das sehe ich doch so. Ach, da sind wieder die Dinger, diese goldenen Dinger. Ja, wie heißen sie? Ich habe keine Ahnung, wie sie heißen. Walter. Ja, genau. Nennen wir es Portal. Nennen wir es Portal. Wieso, seid ihr so schnell weggerannt hier? Habe ich Angst? Was ist das hier? So. Ein Extraleben habe ich geholt. Yay! Wir können Geschütze rechts und links aufbauen. Vielleicht ist das nicht verkehrt. Ja, ganz raus wieder ist auch noch so ein Ding da irgendwo. Was, Geschütze? Oh, guck mal, hier ist noch drin. Halt sie vom Wächter fern. Halt sie vom Wächter fern. Na super. Wetten, dass er das nicht aufmacht, weil das ist so der Klassiker, dass wir jetzt das Tor bewachen müssen. Deswegen war es wahrscheinlich nicht schlecht, dass ich da drüben einen Turret gesetzt habe. Ja. Ich habe auch einen Turret gesetzt. Ja, sehr gut. Ah, Gegner. Entschuld. Hier ist auch noch eins. Oh, ich habe ihn tot gemacht. Ja, und das ist gerade viel Gegner. Sehr gut. Boing. Was ist das hier? Warte, warum? Weil ich schaffe mich nicht rum, weil ich spiele langsam, ja nur. Scheiß Spure. Also, habt ihr gesehen, dass hier ganz viele Portale sich geöffnet haben? Ja, ja, ich bin da, ich arbeite daran. I'm working on it. I'm working on it. Heilung ist gut. Äh, wie ist der hier? Ist weg. Wenn jemand mal Heilung braucht, sagt Bescheid. Braucht jemand einen Heilpilz irgendwo? Hast du auch andere Pilze, die irgendwie noch mehr als nur heilen machen? So ein bisschen lila Wolken oder so? Ne, ich mache mal Heilung. Du bist der Erste, der bei Pilzen an lila Wolken denkt. Wieso? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, woran ihr denn immer denkt. Frage ist, bin ich jetzt komisch oder ihr? Ich weiß es nicht. Einigen wir uns auf keiner. Aua. Wer schießt? Ist einer oben hier, sag mal. Wir sind wahrscheinlich jetzt von der Seite oder so gekommen. Ja, er, von der Seite kommen jetzt welche. Ja, zwei Portale, ja. In rechts und links. Oh, die dicken. Mein Angriff ist so scheiße. Er hat ja ein Portal, hilflich, ich muss hier raus. Ich komme hier nicht raus, ich bin gefangen geworden. Das ist so geil, ich schieße sie so hoch in die Luft. Ich bin gefangen. Oh, ich komme aber auch nicht rein. Krass. Du kommst in was nicht rein? Der wurde gerade hier irgendwie. Der kann so Blasen aufbauen. Dann ist die Blase dann, äh, kann keiner in die Blase rein. Oder wenn wir mal ein Blasen hier. Also dein eigenes, ähm... Deinen eigenen privaten Raum. Äh, Upgrade für das Ding hier wieder, mit Turret ausgestattet. Wenn man nicht so weit weg, du heilst, ich muss dich ja gerade heilen, du bist kaputt hier. Heilst du den Roboter auch? Ja. Nee, kann ich nicht. Nee, aber den Roboter habe ich gerade wieder mit dem Geschütz ausgestattet, dass er sich zumindest verteidigen kann. Das ist schon mal sinnvoll. Da unten. Siehste, er schießt nämlich schon wieder. Deswegen... Ja, auf der unten Ebene. Alter. Ich glaube, ich hätte doch mal den... ...pick's angenommen nehmen sollen. Na, cool, was war das denn? Der Cash ist ja auch cool. Oh, er ist durch. Er ist weitergelatscht. Der Roboter. Ja, Gegner sind aber noch da. Also die laufen uns sonst nach. Die müssen wir weg. Arbeiter an seinem Schild gerade. Schild ist weg. Fiff, 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 fiff. Der ist weg. Jo, hab sehr gut gemacht. Das war Teamwork. Ich hab sein Schild weggekommen. Und dann hast du ihn zerdebbert. Ja, zerdebbert. So. Bist du voll, ja, ne? Ja, das sieht gut aus. Das haben wir doch sehr gut gemacht. Wollen wir mal breaken? Wollen wir weitergehen? Jo, stopp. Stopp, stopp, stopp. Weitergehen. Stopp, getrillet, schon passiert. Ja. Sorry. Okay, weiter geht's. Ankel. Ja, ich wüsste es doch nicht. No. Wie kommen wir da jetzt hin? Gang lang. Gang lang. Einfach mal Story folgen. Hilft manchmal. Boah, shit, man. Sag doch sowas lauter. Schneller. Öfter. Äh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Äh, geh, hau da auf mir rum. Überall. Kleine Eier irgendwie, ne? Wir brauchen Eier, hat Oliver Kahn mal gesagt. Meint ihr der das damit? Es ist voller Stern. Meintest du, so sehen die Eier von Fußballspielern aus? Äh, ffff. Also wenn die Eier mit Beinen dran haben, dann müssten sie noch besser Fußball spielen, wenn du mich fragst. Da kommt die Mutter. Können die sich auf den Boden setzen und trotzdem laufen? So, guck mal wo unser kleiner, ähm, Freund ist. Mann, 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 Mann. Ja, aber hier... Ja, hier war heilbedürftig. Hier, der große Mann ist heilbedürftig. Ich kuschle ein bisschen mit dir. Aber jetzt bin ich schon Stufe 10. Das war es vor uns nicht. Ich auch. Ich bin auch schon Stufe 10. Aber hier kann man... Karwumms oder zu groß zum Versagen kann ich wieder. Ja, ja, Storff kann das dreimal ausbauen. Der ist auch schon Stufe 10. Warte mal einen Moment. Er muss ein bisschen endlich entscheiden, was er tun wird. Aber unser Roboter wird vorne angegriffen. Ja, stimmt. Unser Roboter wird... Er macht weiter. Er geht ohne mich. Ja, geht ohne mich. Wir warten einfach mal. Komm, wir warten einfach mal. Nein, nein, du, ich bin da. Boah. Also fast. Komm, ein Zahnrad angeflogen. Will sein Dank, da ist er. Komm, ein Zahnrad geflogen. Pst. Schiff, ist er weg? Ich bin wieder auf deinen Schoß. Oh Gott. Ist er ein bisschen ein Jammerrichter hier? Aber richtig. Leute, so, jetzt können wir aber gleich mal eben stoppen. Ja. Aber er hätte ja extra Schaden wieder, ne? Er hälfte runter, ne? Ja, wir müssen die erst mal platt machen hier. Aber dann, danach müssen wir nämlich auf so drei Dinger wieder uns stellen. Das kann man halt eben breaken, ne? Wunderbar. So, ich geh mal zum Roboter und heil ihn mal. Ja, heil ihn oder irgendwas, was sein... Sein, sein... Autsch! Ich weiß nicht, was ich gedacht habe, aber... ...eine Geschütze wegnimmt oder wie auch immer. Ich hab einen Halbfilz gelegt. Für den Roboter? Nein, für euch. Für den die Error gestellt, ne. So, ich hab mal einigermaßen viele Welten. Ich hab eben nochmal einen Geschütztorben gegeben. So. Wo jetzt? Ding, 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 ding. Ich werde alle gehalten, ne, ne? Er ist schon auf die Hälfte runter. Gut. Break mir hier, yo. Erstmal nicht bewegen. Da vorne sind die, du siehst, wo man sich draufstellen muss. Und einer von uns muss dann weitergehen. Alleine. Warum? Weil es nicht anders geht. Achso, du weißt das alles schon, ne? Gut, okay. Es geht hier weiter, stattgegen... Ja, 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 ich erinnere mich dunkel. Da kam auch... Ich hab mich vorhin gewundert, dass diese dunklen nicht kamen. Jetzt sind sie natürlich da. Irgendwann sind wieder Portale, oder? Moment, ich renne. Aber er hat ein Geschützorben, ne? Er hat kein Geschützorben, ne? Nee. So, ich hatte ihn eingegeben, aber der hält ja nur... Er ist zwischen schon weg. Ja, ja. So, Portale ist weg. Er ist schon weg. Ich hab auch auf den Boden geschlagen, falls du das damit meintest. Ich könnte auch mal meine Ausrüstung aktivieren, aber ich komme nicht dazu. Ich bin nur am Falten hier. Ja, denn Ausrüstung stimmt, wenn ich auch mal machen könnte. Für 704 Punkte, das mag ich nicht, weil ich lieber den Roboter eine Ausrüstung geben. So viel Kristallstahl habe ich nicht, weil ich muss ja teilen, ne? Äh, ich kann auch mal einen in der Mitte nehmen, ja? Was ist denn hier los? Schon wieder? Ja, Moment. Willkommen eigentlich hier noch. Respawn, Gegner! Respawn, hau. Aber die zerplatzen ziemlich leicht. Aber der, 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 der hat schon wieder... Ich muss die mal heilen hier, ne, Junge. Powerskill. Wollte ich auch gerade mal. Äh, Heilung. Ich gehe in Heilung. Das gibt's doch gar nicht. Noch ein Portal. Ach, er heilt uns nicht sich selbst, so ein Trottel. Oh, ist der dumm. Der Roboter hat kein anderer. Nee, er heilt sich doch selbst, oder? Nee, ja, doch. Ein bisschen immer, ne? Also er ist knapp unter der Hälfte jetzt. Ja, jetzt ist halt nur die Hälfte, ja. Das war vorhin ein bisschen anders. Ist das hier Zeitgesteuert? Kann das sein, dass wir hier weiter müssen? Können wir gar nicht breaken? Ich erinnere mich nicht, ob wir... Ich meinte, wir hätten irgendwann eine Pause gehabt immer in den anderen Teams, mit denen ich das gemacht habe. Aber ich weiß das nicht mehr. Ach, so ermählich wird's langweilig. So. Stille. Stille. Dreh das ruhig. Okay. Dann machen wir hier einen Break. Okay, ich sag tschüss. Ja. Boah, meine Güte. Hinten kommt schon wieder einer. Länger als erwartet. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Onkel.